Am Anfang meines Berufslebens war es mir wichtig, in meiner Region zu bleiben. Aber trotzdem die Option, in einem großen Unternehmen die bestmögliche Ausbildung mit einer Chance auf Weiterbildung und beruflichen Aufstieg zu haben. Zusammen mit einigen Schulkollegen erlebte ich eine spannende und abwechslungsreiche Lehrzeit. Wurde motiviert durch Zusatzausbildungen, Fortbildungskurse und Geldprämien. Wurde perfekt abgesichert durch zusätzliche Sozialleistungen wie Pensionskasse und Unfallversicherung. Mein Name ist Andreas. Ich habe meine Lehre bei der Firma Greiner 2008 mit Auszeichnung abgeschlossen und bin heute Instandhaltungsleiter. Mit meinem motivierten und verlässlichen Team freue ich mich als Führungskraft in den kommenden Jahren meine Abteilung weiter zu optimieren.